Hier präsentieren wir die 5 besten Steak-Bestecke Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Der UBA 8T LG Steak-Besteck Seed. Dieses Grill-Flachgeschirr enthält 24 Teile. Die Hälfte davon sind Gabeln und auch die andere Hälfte sind Messer. Sowohl die Verwaltung als auch die Klinge der Produkte sind aus Stahl gefertigt und dadurch auch rostfrei. Deshalb sind die Betreuungsarbeiten besonders robust. Alle Klingen und auch Gabeln im Set sind aus gereinigtem Edelstahl gefertigt. Das Besteck sieht von hoher Qualität und eher aus. Während die Gabeln 20 cm lang sind, sind die Messer 21,5 cm lang. Nummer 4. WMF French Steak-Besteck 12-Teilig. In dieser Kollektion erhalten Sie 6 Messer sowie 6 Gabeln. Sowohl die Klingen als auch die Gabeln haben eine wunderbare Verwaltung aus echtem Holz. Dies zeigt an, dass Sie nicht abrutschen, wenn Sie das Besteck verwenden und es sicher führen. Das geheizte Öl-Echtholz des Bestecks sieht raffiniert und ehrenhaft aus. Die Klinge der Klinge sowie die Gabel sind aus Edelstahl gefertigt. Durch den speziellen Klingenstahl ist der Artikel langlebig und bleibt auch lange scharf. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Jamie Oliver 8-Teiliges Grill Seed. Diese atemberaubende Kollektion ist aus Edelstahl sowie Akazienholz gefertigt. Es hat 4 Klingen und Gabeln. Die hohe Qualität des Artikels stellt die des Bestecks in Gaststätten dar. Diese Sammlung sollte bei der anschließenden Grillfeier nicht fehlen. Die scharfen Messer haben eine gerade Seite und sind wirklich spitz. Wegen des Holzes kümmern, werden Sie nicht abrutschen, wenn Sie die Produkte verwenden und auch Sie können sicher essen. Nummer 2. Zwillingsstegbesteck Seed 12 TLG. Ähnlich wie bei der letzten Kollektion besteht auch dieses Seed aus 6 Gabeln und auch Messern. Diese sind aus 18-10 Edelstahl gefertigt. Durch den Edelstahl können Sie dieses Seed auch in der Geschirrspülmaschine reinigen. Wer gerne grillt und auf der Suche nach dem richtigen Besteck ist, wird mit dieser Kollektion gut angeboten. Die Klingen sind scharf und verjüngt zu einem Faktor. Die Ausdauer des für die Menügabeln verwendeten Materials ist zusätzlich bemerkenswert. Diese sind solide und aus diesem Grund robust. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF Steakbesteck 12-teilig Steakbesteck Seed. Dieses 12-teilige Set besteht aus 6 Steakgabeln und Steakmessern. Sie sind aus raffiniertem Edelstahl gefertigt und daher rostfrei und auch langlebig. Da die Messerklinge extrem scharf ist, kann die Kollektion flexibel genutzt werden. Wegen der gezackten Seite der Messer werden sie jahrelang scharf sein. Der ergonomisch gestaltete Griff macht es einfach, das Besteck zu verwenden. Da die Messer sowie Gabeln aus einem Stück gefertigt wurden, sind sie sicher und einfach zu reinigen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.